Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich habe hier gerade noch was Spannendes entdeckt. Antar Udoka. Willipo Bergamon und Jamal Glover. Der Herb heute ist, hat ja ein paar sehr interessante Abmachungen mit den Tigers. Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem, Kleiner. Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Oh doch, das hast du. Am Montag hast du einen jungen Mordverdächtigen freigelassen. Eine wilde Nacht mit seiner Tagermama hat offenbar auf mysteriöse Weise dafür gesorgt, dass entscheidende Beweismittel sich in Luft aufgelöst haben. Letzte Chance. Du hältst sofort den Mund und mischst dich nicht in Sachen ein, die dich nichts angehen. Und dann werden weder ich noch mein Revier sich weiter für dich interessieren. Das hättest du wohl gerne. Nein, du bezahlst mir 15.000 Eddies. Ansonsten ziehst du auf N54 News morgen einen spannenden Bericht über einen korrupten Bullen, der für ein paar grosse Titten Mörder freilässt. Ich frage mich, was deine Ehefrau davon halten würde. Joseph wird Hahn, Kleiner. Das war ziemlich dumm von dir. Okay. Auch wieder einfach ein unsinnlicher Mord. Der absolut unnötig war. Sehe ich es auch sehr spannend. Einfach so ein Gebäude hier unten. Eingepächt und der ganze Dreck landet da unten. Naja, weiter geht's. Heute machen wir ja mal wieder eine andere Mission. Nachdem ich mich hier nicht ablenken lassen würde. Ziemlich gerade geklopft. Leider lasse ich mich sehr schnell ablenken. Geht's da rein? Oder hier? Ne. Aber hier geht's hoch. Ah, der klopft an die Tür. Ich lasse mich zu schnell ablenken hier im Spiel. Ich merke das schon. Perfekt. Schnell und einfach. Karl Owens. Alicia Forheera. Ne, ne, alles gut. Okay, da gibt's ne Tür hier vorne. Und offensichtlich reinpannen. Wo auch immer das hinführt. Weiß es nicht. Und wieder was zum hacken. So, wir machen gleich weiter. Ich muss mich hier ganz kurz ablenken lassen. Sonst geht das hier nicht. Sehr gut. Wo sind wir hier hineingeraten? Wieso sind da unten Minen? Ist das hier irgendwie in... ...ein Auftragsraum? Dann haben wir schon wieder irgendwas entdeckt. Was wir... ...nicht hätten entdecken sollen. Wo war die Taschenlampe nochmal? Shit. So. Ganz kurz. ganz kurz mal schauen wo sind die hier der 14.25 wir müssen hier auf jeden Fall später nochmal hin ich weiss nicht was ich hier gerade gefunden habe Rezept für Ich kann einfach irgendwas zu essen wo bin ich hier gelandet Oh fuck fast zu früh Ich glaube wir sollten nicht hier sein Wahrscheinlich ist das eigentlich ein Ort für einen Auftrag Netrunner Splitter Wahrscheinlich wäre hier eigentlich ein Auftrag aber ist dann viel zu früh hier weil das hier ist dann offensichtlich hat das was mit einem Netrunner zu tun Oder mit BDs Eins von beiden Auftrag Impossible Vortex Ich habe schon jemanden darauf angesetzt aber ich könnte noch Hilfe gebrauchen Versuche Vortex Spuren im Net zu verfolgen Es muss eine Spur geben Schick was auch immer du findest Direkt zu mir Wehe Bartboss Fuck wir Ich habe keine Ahnung Was wir hier machen Sehr gut Die Taschenlampi schmeckt wirklich sehr viel Hat das schon vorhin so weird ausgesehen Ne oder Wo kam die ganzen Kisten her Naja Ich glaube ich sollte nicht raus Jetzt braucht Lisi Weezy unbedingt unsere Hilfe Aber alles andere ist auch noch offen Was ist das hier für Nagami Market Huch Netrunner Speichel mal kurz Interesting Vielleicht ist das sein Besteck Gibt irgendwas zu erzählen Ne bloß was zu bestellen Ok Ok bye Ok was will jetzt Lisi Weezy wieder von uns Wieder mal speichern und dann schauen wir mal Wir haben so viele Aufträge hier Junge Junge Graffitis Highwayman Champion in Arroyo For the law Sweet dreams Befrege Stefan zum feldhaften BD Trifte ich mit Panem Qualifikationsrennen Ich bin zum Stadtbezirk Sprich mit Nix Ich werde das hier am nächsten Am begiblichen Nachmittag zum Megagebäude H8 Und wir haben mitten in der Nacht Ähm Verstehe die Zeit nochmal Verstehe nicht irgendwo die Zeit Hat nicht Violence Spellband Violence Oder das Oder das Oder die zwei Anschopfen Nix Das könnte interessant werden Angeblich ist er ein Experte in Sachen antike Tech Du weißt schon Hardware aus der Zeit bevor das Internet zerfickt wurde Drecks Magdisks Und so weiter und so fort Manch einer würde dir Weiß machen wollen Dass er kaum so nützlich ist Wie eine Schreibmaschine Ein Plattenspieler Oder ein Haufen Hundescheiße Aber ich wäre mir da nicht so sicher Nix Jeder der irgendwie Ahnung hat Sollte Nix kennen Er ist der Netrun der Stadt Der auch die Aufgaben übernimmt Die andere selbst für Unmengen Von Eddies nicht annehmen Zwielichtige und gefährliche Arbeit Ist genau sein Ding Doch Nix ist kein durchgeknallter Cyberspace Cowboy Er ist ein erfahrener Profi Der viel Zeit damit verbracht hat Die Überbleibsel an Wissen Die Bartmos der Welt hinterlassen hat Zu entschlüsseln Und zu analysieren Er hat auch eine Konzernphase In seinem Leben hinter sich Über die er nur ungern spricht Die ihm aber so einiges beigebracht hat Wie man zum Beispiel Will dass ihm Anzüge nicht stehen Weder im wörtlichen Noch im übertragenen Sinne Mittlerweile ist er einer Von den Rogues Ängsten vertrauten Und er möchte Dass das auch so bleibt Ja gut Dann fahren wir dahin Obwohl halt die anderen Eigentlich ja näher sind Nachmittags Wir haben 4 Uhr 41 Das andere als Quell Violence Mit Lizzie Glaube ich Und mir kann die Nummer Anonymer Klient Ein geheimes Treffen In einem Hotel Dieses ganze Mysterium Ist so nebulös Dass ich fast die Hand Vor Augen nicht mehr sehe Ich frage mich Was als nächstes Da auf dich zukommt Komm wir machen das Ich glaube das war doch gerade Das mit Lizzie Oder nicht Achso Es ist Tag Ich glaube es wäre Nacht Es sah da Trüben so aus Als ob Nacht wäre Aber ich glaube trotzdem Dass es erst ein Morgen ist Kann das Ja doch es ist Morgen Es ist Vieru Morgens Ja dann können wir uns Noch nicht beim H8 treffen Und fahren wir da wieder Ins Motel Und schauen an Was Lizzie Wizzy Dazu sagen hat Eine Znöffleitung hat wirklich nicht mehr So flüssig Wie beim letzten Mal Obwohl ich Absolut gar nichts geendet habe Was ein bisschen weird ist Aber vielleicht hat auch Einfach mein PC Heute nichts so lustig Was ist das denn Da bin ich Was ist Ich glaube hier Was ist Was ist Was ist Das ist Was ist schauen. 50 FPS? Na ja. Ich kriege gar nichts küsig. Weird. Warte ich einschauen, was gerne kurz schauen. Ne, eigentlich nicht. Aber ich schalte das mal hier auf Ultra statt Psycho. Vielleicht bringt das ja was. Na ja. Up geht's. Lizzie, what in the... Fuck. Now I get the rush. Oh shit. I was angry. I pushed him. These fucking arms, these hands. They am not home. You ever wake up in the middle of the night and not know who you were for a second? Shit. Guys in shreds. You ever feel like you weren't really you? I... That's how I feel all the time. Every moment. This emptiness. This helplessness. I stopped seeing, creating. Just now I... I... I just wanted to break up with him, you know? Tell him I wanted him out of my life. But I... I don't even know how. When. I... 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 You strangled him, Lizzie. Slowly. You crushed his spine. I... I was angry. I must have lost control. Ferber. Naja. Ich... ich war selber auch kein Fan von ihm. Ich meine... selbst wenn sie sich halt verändert hat, er kann ja nicht hinter ihrem Rücken irgendwie versuchen was wieder hinzubiegen. Wenn es nicht klappt und er nicht damit zurecht kommt, wie es jetzt ist, hätte er halt schluss machen sollen also ich bin auf der Seite von Lizzie, sorry aber klar, das ist unser kleinstes Problem Beseitige die Leiche auch wenn sie mir manchmal ein bisschen weird vorkommt ja nicht, dass ich noch zum Cyberpsycho werde ich habe davor ein bisschen Angst weil es ein bisschen so rüberkommt als ob es da hinführen würde mal schauen aber ich finde er hat es wirklich nicht anders verdient ich meine wir sind ja selber so gesehen im gleichen Schuh könnte man sagen also von daher wir sind schon abgeschlossen so einfach geht es den Body zu entsorten einfach den Müllschacht hinunter und weg ist er gut zu wissen gut zu wissen bis nächstes mal ach ja schön ja dann würde ich sagen war es das wieder für diese Folge von Cyberpunk 2077 vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal tschüss ich habe dich ich habe dich ich habe dich in 2077 in 2077 sie wählten meine Stadt der schlimmste Ort zu leben in Amerika main issues sky-high rate of violence und mehr Menschen living below der Poverty Line die ähnung hit du machst du die die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Samurai We have a city to burn 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 We have city to burn